Malina, da ist gerade der Sohn mit mir durchgegangen. Josi. 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 Juhu. Sini. Sini. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Rocky Die fressen Besen auf. Ich sollte mir doch mal überlegen, ob ich Welpen nicht mal füttern sollte. Dass die nicht immer Besen und Stroh und Gras fressen müssen. So, und jetzt schleiche ich mich ganz leise hier weg. Schau mal, wer das bemerkt. Kinderchen, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Mäuschen. Komm, komm, komm. Meine Kinder. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Dann gehen wir langsam. Deswegen mein Stiefel sowieso ganz langsam gehen. Na, nicht da festsetzen. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ja, ich weiß, kein schönes Wetter. Wendy. Müssen wir auch passen, dass unser Paco nicht davonfliegt. Aber der ist flott unterwegs hier. Mäuschen, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Da ist wieder Ginger. Mäuschen! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Da sind noch welche. Mäuse, Kinder! Denen ist in der Hütte natürlich jetzt angenehmer wie hier draußen. Komm, komm, komm! So, ist fein! Prima! Komm, komm, komm! Das stürmt richtig eisig hier. So, komm, Kinder! Hey, hey! Wendy! Wendy! Ist gut! Das Wetter ist schon toll genug. Da musst du nicht noch deinen Senf dazugeben. Komm, komm, komm! Die wollen alle die ins Haus. Ähm, ich auch. So, jetzt ist sogar unsere Sapsigkeit. So, junger Mann. Kommst du die Stufe runter? Bislang ist ja immer nur die untere marschiert. Prima, super! Prima, super! Toller Paco! Komm, komm, komm! So, jetzt sind sie alle unten und wollen rein. Kann ich gut verstehen. Ab, ab! Bambi, du machst das ganz super mit deinem Hintern, den Verdecken. Kinderchen, komm, komm! Komm, komm! Das ist noch mal Sunny. Sunny, ich wünsche dir morgen eine gute Reise ins neue Zuhause. Hab viel Freude dort und ein gutes Leben. Tschüss! Wir machen noch nicht ganz Tschüss! Wir machen noch nicht ganz Tschüss! da stürmen sie alle rein und auch Paco den ganzen weg alleine marschiert super ist noch wer da nein also dann